...wacht bei Ihnen. Bei Ihnen, Herr Hesie. Ja, ja, komm. Du kleine, eingebildete Schnäpfe. Du Zippe. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Civilization VI. Mein Name ist Ed von Edgaming.tv. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier an unseren kleinen, wunderschönen Küstenstädtchen Plakopan sind wir gerade, wo wir sehen, vier Runden noch bis zur Karavelle. Endlich mal, dass wir vielleicht mal mit dem Schiff hier ein bisschen weiter irgendwo rausfahren können. Wäre ja mehr als wünschenswert. Wäre eine tolle Sache. Ja, und mal gucken, was so passiert. Hier unten wollte ich das eigentlich ausräuchern, aber es ist zu viel Gedöns darin. Das heißt, dann müssen wir mal etwas nachlegen gleich mit ein paar Einheiten. Und das werden wir dann auch gleich mal in Angriff nehmen. Nächste Runde erstmal. Während wir hier jetzt ein Wohnviertel bauen. Und mal schauen, was wir dabei rauskriegen. Ich kann mir auch vorstellen, da hier Naturwunder ist, können wir auch hier einen wunderbaren Wohnviertel bauen. Es müsste auch einen ordentlichen Push geben. Äh, ja. Na super, wir sind nicht mehr, äh, im Nan Madol. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ärgerlich. Das ist jetzt ärgerlich. Was macht eigentlich unser Spion? Ist der mal endlich fertig? Noch fünf Runden. Ja, wir müssen mal gucken, was hier ist. Ich hab da so eine Idee. Eventuell können wir mit dem hier mal da hingehen. Die Kohle ist echt knapp, ey, warte. Das ist jetzt okay. Die bekloppen sich hier, sollen wir recht sein, sollen sich fertig machen. Da interessiert mich nicht. Dann können wir da hier eventuell einen Wohnraum bauen. Wohnviertel, mal gucken. Das klappt. Und hier oder da eventuell noch ein Parkprodukt. Mal schauen, ob wir das irgendwie hinkriegen. So. Oh, schon LKWs. Ah, das hab ich mir schon fast gedacht, dass die da angreifen. Ähm, nicht so gut. So, du gehst mal bitte dorthin. Einheit benötigt Befehle. Bedeutender Sieg. Komm, versuch dein Glück. Nächste Runde. Ähm, 170. Wir kriegen plus 115 die Runde immer. Das ist schon ordentlich. Ist gar nicht mal so schlecht, während ich hier vergessen habe. Ich wollte den mal reaktivieren. Und die soll jetzt sich hier verschanzen. Und hier wollen wir mal gucken, ob wir hier nicht was Tolles hinpassen können. So, nächste Runde. Dann ist auch unser Archäologe fertig. Dann können wir hier mal ein paar Ausgrabungs machen. Paris scheint momentan, also Frankreich scheint momentan nicht so gefährlich zu sein. Weil für mich ist Japan jetzt aktuell ziemlich übel. Wir müssen da echt aufholen. Ne, also das ist, äh... Kann es sein, dass wir nur ein Eisen haben? Das ist schon hart dann, ne? Ein Eisen ist hart. Äh, die machen da auch was. Äh, China greift Jakarta an. Hallo. Hier, ähm... Hier, ähm... Wo bist du, China? Ähm... Ähm... Ähm, was kriegst du eine... Forderung stellen? Äh, nee, vergesst es. Abkommen aushandeln. Ähm... Peking. Wir hätten gerne... Was hätten wir denn gerne? Trüffel? Wale. Zehnunddreißig. Ne, komm. Das haben wir nicht. Das haben wir nicht über... Ähm... Sorry. Produktion. Zoo. Fabrik, Wohnviertel. Ähm... Wie sieht es denn hier aus? Oh ja. Ein Wohnviertel wäre mehr als angewandt. Jetzt gucken wir mal. Fünf, 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 vier. Vier. Dann gehen wir doch hier oben hin. Oh, wartet, wartet mal, wartet mal. Moment, Moment, Moment. Nein. Ähm... Bezaubernd. 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 Was ist hier? Durchschnitt. Bezaubernd. Okay, ja, dann können wir es da oben hinballern. Wo kommen wir das? Einheit benötigt Befehle. Du reißt bitte mal die Modellisierung ab. Und du holst dir da mal das Teil. Einheit benötigt Befehle. Ähm... Zack. Einheit benötigt Befehle. Oha. Deutender Sieg, ey. Komm, wir ziehen uns mal zurück. Das ist jetzt ein bisschen hart. Ähm... 300 Volt. Können wir was kaufen? Siedler kostet 655 Köln. Das ist ein Wahnsinn, ey. Hier. Nichts, was interessant wäre für uns. Aber wie sieht es hier aus? Kaufen. Versammlungshaus 20 Glauben. Benötigt ein Tempel. Den wir hier noch nicht haben. Ärgerlich. Nächste Runde. Nächste Runde. In zwei Runden haben wir die Ballistik. Können wir neue Spiezer bauen. Jaja, komm. Du kleine eingebildete Schnäpfe. Du Zippe. Du kannst mich gerade mal am Popo schmatzen. Labern mal rum. Wir werden ja sehen, wer hier mächtiger ist. Greif ruhig an. Du überlebst dein blaues Wunder. So. Industriegebiet ist gleich fertig. Sehr geil. Äh... Wie geht es hier aus? Wohnraum. Vier von neun. Aber kommen nicht voran. Warum nicht? Brauchen die mehr Futter, oder was ist hier los? Müssen wir eigentlich mal gucken gleich. So. So. Wie geht es hier aus? Tourismus. Berichte. Machen wir das hier mal wieder heile. Durchschnitt. Geplündert. Ja. Schön, dass es geplündert ist. Ah. Gott. Muss ja nun nicht sein, ne? So. Wuh-han. Oder das. Wuhan oder das. Oder zu unserer eigenen Stadt. Ähm. Malinaco. Hote-bl-bl-bl-bl-bl. Whistle. Was bringt uns das? Produktion. Fünf. Oder aber nach... Ja, komm. Bring mal das da hin. Dass die mal vorankommen hier. Produktion wählen. Ähm. Industriegebiet haben wir. Arsenal von Wenedig. Wieso haben wir hier kein Dings? Achso. Verstehe. Mhm. Weil wir hier nicht an der Küste sind, können wir nicht das Ruhrgebiet bauen. In Ordnung. Ähm. Wohnraum ist ein Problem. Sehe ich gerade. Wollen wir doch ein Wohnviertel. Vier. Fünf. Oh, das Wohnviertel. Miene. Hau ab hier. Komm. Ich hoffe, die kommen nicht so weit hinterher. Karavelle ist gleich fertig. Sehr gut. Artefaktausgaben. Artefaktausgaben. Euren Archäologen ist aufgefallen, dass das Gestein vor Erdöl trieb. Vielleicht sollten sich das eure Geologen einmal ansehen. Euer Wissen von der Technologie Verbrennungsmotor hat große Fortschritte gemacht. Aha. Sehr cool. Artefaktausgaben. Artefaktausgaben. Wählt das Artefakt der gewünschten Nation aus, dass er an diesen Ort bergen wohlt. Oh ja. Gute Frage. Ich würde jetzt mal Brüssel nehmen. Maske. Artefaktausgaben. Erschaffen von Brüssel. Okay. Ähm. In Ordnung. Okay. Handelskosten. Da ist gleich was fertig. Das ist gut. Mann, Mann, Mann. Hier ist auch geplündert, oder? Auch geplündert. Hier ist noch eine, ne? Plus vier Produktion, plus eine Produktion und Nahrung. Durchschnitt. Ähm. Geländefeld kaufen. Wie sieht's denn aus? Können wir die zusammenschließen? Das wäre eigentlich besser für die Produktion. Na ja, gut. So, jetzt haben wir die zusammengeschlossen. Das ist gut. Jetzt müssten wir nur noch das hier zusammenkriegen, irgendwie. Und dann sieht die Sache gar nicht mehr so schlecht aus. Würde ich doch jetzt mal super gucken. Ja. Ja. Händler, Arabien, ist klar. Komm schon. Gib ein bisschen Kette. Ballistik ist fertig. Sehr geil. Offene Grenzen. Ein für 30 Runden. Ähm. Ne. Du nicht. Mit dir würde ich nichts zu tun haben. Absolut nicht. Karavelle. Eine Runde noch. Im Kopf schon. Hier bleibt das Ruhrgebiet. Und ich kann es nicht bauen. Denn es ist total verhauen. Auch eine Küste. Und man kann es nicht bauen. Ärgerlich. Ja. Fake-Kanone können wir jetzt bauen. Sehr schön. Was ist hier los? Wir haben keine Nahrung. Ähm. Okay. Keine Nahrung. Ähm. Okay. Kauf mal. 400 Gold. Haben wir nicht. Scheiße. Keine Nahrung. Ah ja. Da kommen wir dann gleich mal hin. Forschung wählen. Stahl. Eiffelturm. Artillerie. Kriegsschiff. Oder das Ra-Segel. Oder die Militärwissenschaft. Auch nicht schlecht. Kavallerie. Militärakademie. Wissenschaftstheorie. Oh. So tolle Sachen. Kavallerie. Ähm. Fregatte. Komm. Schon wieder was freigeschaltet. Brüssel. Drei und vier Produktion. Ich brauche aber die Kohle. Es tut mir leid. Produktion wählen. Wohnraum ist noch genug. Da haben wir noch kein Bedarf. Spion. Feldkanone. Freibeuter. Karavelle. Obwohl die haben wir ja. Ähm. Ja. Ein Händler. Nehmen wir. Plündert. Hol dir mal das da. Ah. Der Fakt ausgehauen. So. Und jetzt gucken wir mal. Wie weit du hier fahren kannst. Das ist mal ein bisschen was erkundes. Produktion. Bank. Handwerker. Acht Runden. Speer. In einer Runde. Weiter in zwei. Komm. Bauen wir den Handwerker selber. Artefakt. Brüssel oder Barbarenland. Wir nehmen jetzt mal das Barbarenland. Warenland. Steintafel. Cool. Die Steintafel haben wir ausgehauen. Sehr nice. Wer da oben versucht wieder Scheiße zu bauen. Haben wir noch irgendwo was? In unserem Gebiet? Grad nicht, ne? Na doch. Hier haben wir noch. Zwei Stück. Na komm schon. Wir haben ja nix zu essen. Das ist das Problem. Die brauchen Futter. Mauer. Mauer. Irgendwie vermisse ich die chinesische Mauer. Weiß nicht wieso. Aber bis jetzt habe ich hier noch nicht gesehen, dass irgendwer die gebaut hat oder dass man die bauen kann. Was ich sehr schade finden würde. Die muss ich ja ehrlich gestehen. So, komm. Mein Angebot. Äh, Salpeter will er mir geben. Äh, will ich haben. Beziehungsweise soll ich ihm geben. Äh, auf gar keinen Fall. Äh, nixer Pech. Ich baue dir doch keine, dass du Dings bauen kannst. Spinst wohl. So. Geht's aus. Zuhu uns mal ne schicke Insel, bitte. Ah, Gott, äh, die geben wir vielleicht unser Puffer. Okay, das ist Spionagebericht. Ähm. Geh mal da hin. Gucken, was da ist. Ähm, 63% oder Horchposten Quellen beschaffen. Ja, komm. Spion annehmen. Ähm. Du kannst hier unten mal ausgraben. Einheit benötigt Befehle. Den können wir platt machen. Zack, bumm. Er ist tot. Ähm, was haben wir hier? Reiterkor. Verschanzen. Modernisierung entfernen. Ähm, und du? Gehst dorthin. Ob das reicht? Ich weiß nicht. Sieben. Zwei. Zwei. Dann wächst das. Das kommt auch hier zum Zuge so langsam. Äh, äh, dort noch. Ach, warum nicht, ne? Machen wir da auch noch. So. Quasi. Wird wohl irgendwo ein Inselchen sein, wo noch nichts irgendwie ist, oder? Wer braucht mehr Wohnraum? Kann er sonst sowato. Äh, wo muss das quedar sein? Oh, du 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 du, so, Brüssel, 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 was machst du? Kohle stimmt, das ist in Ordnung, Finanzen sind okay. Okay, Paris lockt mich ja irgendwie, ne? Äh, 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 boah, ist hier bitte wieder eine Mine? Und jetzt haben wir hier, wie viel Produktion bitte? Vier, aha. Und hier? Vier. Na gut, das läuft wieder. Ähm, da, 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 Geländefeld kaufen. Geländefeld kaufen. Äh, da, 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 da. Nee, 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 das ist nicht gut. Ähm, Futter, Futter, Futter ist hier ganz bescheiden. Ist ja ein echtes Problem. Äh, wie sieht's hier aus? Geländefeld. Und den kann ich nicht kaufen, oder was? Das ist doch scheiße. Und was riskieren? Nee, eigentlich nicht, ne? Das ist eigentlich Blödsinn, das zu tun. Wie sieht's hier aus? 2, 65. Gehen wir dorthin? Und sich da. Und da. Das würde gerade nicht reichen, das ist doof. Ähm, bauen wir hier einen Bauer noch. So, den will ich haben, da. Okay, nächste Runde. Aber nicht mehr in dieser Stunde. Ähm, ja, ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Wir machen an dieser Stelle natürlich erstmal Feierabend für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, wenn dem so ist. Äh, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, das Abo dalassen. Das kennt ihr ja auch schon alles. Ähm, und ansonsten sage ich mal recht schönen Dank fürs Zusehen. Und, ähm, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Euer EdFanitGaming.de Bye, bye. Wir sind die Entdecker. Die Erfinder. Die Architekten der Veränderung. Die Erbauer einer besseren Zukunft. Wir suchen. Wir träumen. Wir streben. Immer nach etwas Größerem. Die Schwierigkeiten, denen wir trotzen. Die Risiken, die wir eingehen. Die Herausforderungen, denen wir uns stellen. Machen uns nur stärker. Es gibt kein Ende unserer Vorstellungskraft. Und kein Limit. Für die Zivilisation.